Herzlich Willkommen, hier ist Gnome 2 Look verwenden. Für diejenigen, die lieber mit einem ähnlichen Gnome 2 Look arbeiten möchten, statt mit der typischen Gnome 3 Oberfläche, müssen lediglich das Paket Gnome-Classic-Session nachinstallieren. Bei Fedora geht das mittels Befehl SU Leerzeichen minus C Leerzeichen in Anführungszeichen YUM Leerzeichen install Leerzeichen Gnome minus Classic minus Session. Dann einfach abmelden. Das geht auch in der Kommandozeile, zum Beispiel mit dem Befehl Gnome minus Session minus Quid. Und dann einfach wieder anmelden mit Gnome Classic. Das war User Power from Screencast. Ciao und viel Glück.